Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 30.800 US-Dollar. Wir sind weiterhin Bullish as Fuck. Trotzdem müssen wir so langsam aber sicher aufpassen. Ihr wisst, wir sind in einer gewissen Zone angekommen. Ob wir weiterhin Bullish sind, ob wir möglicherweise sogar Richtung 40.000 US-Dollar steigen, das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Außerdem, kleines Update, was ich jetzt mit meinen Positionen weiterhin mache, ob ich sie nochmal erhöht habe, ob ich sie ein bisschen wieder reduziert habe. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Natürlich auch ein bisschen auf die News gucken und natürlich auch auf Ethereum. All das besprechen wir jetzt. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommt, wenn ihr Bock habt auf Updates. Auch wie ich hier mit meinen Positionen verfahre oder was ich weiterhin so für Ausblicke habe. Kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Momentan bei 30.800 US-Dollar. Also ihr seht schon hier, das FIP-Level ein bisschen ausgedient. Müssen wir wieder ein bisschen weiter nach oben korrigieren. Wir haben nochmal einen extremen Push nach oben hinbekommen. Auch mit Higher High sogar. Sehr, sehr wichtig auf dem 1-Stunden-Chart, auch auf dem 4-Stunden-Chart natürlich. Trotzdem, wie gesagt, wir müssen langsam hier ein bisschen aufpassen. Ich habe gestern in der Telegram-Gruppe, hier habe ich es nochmal erwähnt, warte. Ich habe die Position nochmal erhöht. Mein Entry hat sich somit von 27.8 auf 29k verschoben. Habe die Position einfach nochmal wieder ein bisschen verdoppelt. Ist jetzt aber nicht schlimm, weil auch wenn wir jetzt hier das FIP-Level ziehen, wäre das Golden Pocket hier bei 29.100 US-Dollar. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Position noch ein bisschen offen bleibt. Profite jetzt gerade nochmal genommen, nochmal 10%. Das heißt, ursprüngliche Positionen sind jetzt noch 40% offen. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe. Wie sieht es denn da aus? Ihr kennt mittlerweile diese Box, die wir hier mal eingezeichnet haben. Ich zeichne die jetzt gerade nochmal ein. Das ist dieser entscheidende Faktor, in dem wir uns momentan befinden. Alles über 32.400 US-Dollar. Und ihr wisst, es ist so mein Ziel, die letzten Wochen immer wieder gewesen. 32.000, 32.400 US-Dollar. Alles darüber ist verdammt bullisch. Weil dann können wir locker nochmal Richtung 35.000 oder sogar Richtung 40.000 US-Dollar pumpen. Warum? Dafür mache ich nochmal ganz kurz das FIP-Level hier weg. Wir haben ja schon vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass wir auch gerne mal mit dem 261.800 und dem 361.800 arbeiten. Da seht ihr, das 261.800 würde hier sogar bei den 34.000 US-Dollar liegen. Würde perfekt zu der Ineffizienz hier oben passen. Trotzdem, die 32.400, das ist momentan so ein bisschen der Knackpunkt meines Erachtens nach. Wir haben Barish Divergence, ist klar. Wir kriegen aber auch hier langsam immer, immer weniger Volumen nach. Das sehen wir hier einerseits beim BingX-Chart. Wir können das Ganze aber auch gerade nochmal mit dem Binance-Chart vergleichen. Auch hier seht ihr zuletzt, Volumen geht so langsam aber sicher aus dem Markt. Das ist nicht wirklich das bullische Zeichen. Deswegen würde ich an eurer Stelle auch hier deutlich mal einfach mal Profite nehmen. Ihr habt nichts zu verlieren. Wir haben eine perfekte Position bei 27.800 US-Dollar aufgemacht. Und ob wir jetzt hier wirklich mit dem ersten Schlag gleich die 32.400 US-Dollar brechen, ich wage es ganz ehrlich ein bisschen zu bezweifeln. Klar, wir sind bullish as fuck momentan. Trotzdem, dass das Volumen jetzt vor allem hier bei Binance in den letzten Tagen extrem rausgeht und jetzt auch mit diesem Push nicht wirklich viel Volumen mehr reinkommt, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Bullish ist einerseits, trotzdem wir sind in einer riesigen Widerstandszone. Darauf müssen wir einfach momentan ein bisschen achten. Deswegen passt hier einfach auf, nehmt lieber ein bisschen Profite und lasst euch hier nicht zu sehr, sage ich jetzt einfach mal, verunsichern nach jetzigem Stand. So, gehen wir jetzt wieder in den 4-Stunden-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Also wir haben auf jeden Fall eine Bearish Divergence vorliegen. Das ist ganz klar momentan. Die liegt auch momentan vor. Deswegen erst einmal ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, Profite nehmen. Ob dieser Pumpitz, den wir jetzt hier gesehen haben, wirklich nachhaltig ist, auch aufgrund des geringen Volumens, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Ich sehe aber, dadurch, dass wir eben gestern wieder bullische News hatten, durch die Arbeitslosenzahlen, die ich hier gepostet habe, die Erzeugerpreise auch sehr, sehr positiv, hat es natürlich dem Markt nochmal ein bisschen Auftrieb gegeben. Und natürlich die ganze Bullishness, die momentan einfach im Markt ist, und auch das gewisse FOMO-Gefühl. Man muss aber dazu sagen, vor allem auf BingX und so anderen Börsen ist das Funding immer noch ein bisschen negativ. Das heißt, es versucht hier wirklich sehr, sehr viel Short-Liquidität reinzukommen in den Markt, schafft es aber noch nicht wirklich, den Markt umzukehren. Aber wir kommen jetzt halt eben so langsam in diesen Punkt, wo ich sage, okay, 32,4 ist momentan jetzt erst einmal mein Maximum, bis wir dann nochmal runtergehen könnten Richtung 28.500. Weil hier hat dieser Pump begonnen. Und hier könnten wir uns nochmal neue, frische Liquidität holen. Das heißt, dieser Bereich hier 28, oder gehen wir runter bis maximal 27,7. Das ist so dieser Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir nochmal gesund reinkorrigieren, um die Liquidität aufzusammeln. Und dadurch, sage ich mal, einen neuen Pump bis sogar 40.000 US-Dollar zu erzeugen. Weil ihr wisst, das 368 liegt hier oben bei den 40.000 US-Dollar. Das heißt, die 40.000 US-Dollar wäre dann wirklich die nächste Zielmarke, sollten wir jetzt hier bei den 32,4 rum irgendwo in dieser Region wirklich einen Rücksetzer reinbekommen. Es würde den RSI abkühlen, wir würden vielleicht neue Liquidität reinbekommen. Aber das Risiko, jetzt hier noch irgendwie in den Long vorbundermäßig reinzurennen, macht einfach keinen Sinn. Ich habe die Position mit dem Sinne erhöht, weil ich einfach noch davon ausgehe, seit Tagen, das habe ich auch in der Telegram-Gruppe gepostet, immer wieder, dass die 32.000 US-Dollar klar das Ziel ist, würde aber jetzt ganz ehrlich keine neue Position mehr eröffnen. Das Erhöhende Position hat sich ausgezahlt. Seitdem sind wir nochmal 700 Dollar gepumpt. Gut, Profite nehmen, Stop-Loss-Entry. Und der Rest ist erst einmal wurscht, wir haben die Profite eingesackt. Aber jetzt nochmal in eine Position reinzugehen, würde ich euch ehrlich gesagt nicht empfehlen. 32,4 ist momentan einfach mein Maximum, aufgrund eben auch des 2,618, wo wir darüber gesprochen haben. Und weiter, ganz ehrlich, glaube ich, erst einmal nicht, dass wir steigen. Lieber eine kleine Korrektur, Richtung 27, 28.000 US-Dollar und dann das nächste Leckab Richtung 40 oder vielleicht sogar hier oben, maximal 45 hier oben, vielleicht nochmal diese Widerstandszone. Aber das ist momentan noch zu früh, hier von 45.000 US-Dollar zu sprechen. Klar, die Zahlen, Daten, Fakten sind gut, würden das alles sogar hergeben. Aber ihr wisst, seit Monaten sprechen wir immer wieder darüber, Bullrun ist erst alles über 32.400 US-Dollar. Vorher brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen, dass wir hier irgendwie ins Golden Pocket bei 50.000 US-Dollar kommen. Es ist zu früh und das will ich einfach euch noch nicht, sag ich mal, zu sehr in FOMO hier reinkriegen. Weil es ist ein ganz schmaler Grad, auf dem wir uns hier bewegen. Und es kann sein, dass ihr früher oder später oder lieber früher die Korrektur mal ganz kurz einsetzt. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum und Ethereum hat sehr, sehr viele überrascht. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wir haben auch hier noch eine Long-Position offen. Ich glaube, die war hier unten bei den 1774. Die läuft Bombe. Ich würde aber auch hier mittlerweile, glaube ich, 75% raus. Das heißt, hier laufen einfach nur noch Profite. Schauen wir mal, dass wir hier gegebenenfalls einen Short nochmal eröffnen könnten. Aber momentan auch hier würde ich einfach nicht FOMO reinhren. Erstens. Und natürlich auch nicht FOMO rein shorten. Weil, guckt euch das Volumen an. Wir haben es bei Bitcoin gesehen. Volumen geht raus. Es ist gerade ein bisschen Altcoin-Season. Ihr könnt euch vielleicht an dieses Diagramm erinnern, was öfters mal durch die Gruppe geht. Bitcoin-Season, Ethereum, Altcoin und dann kommt Crash und sowas. Ja. Und durch dieses Shanghai-Update haben viele gedacht, oh ja, es kommen viele aus dem Staking raus. Und so wird vieles verkauft. Genau das Gegenteil ist passiert. Wir nehmen jeglichen Widerstand raus. Ihr könnt euch daran erinnern, 2000 US-Dollar war so das Ziel des Übergeordneten. Komplett einfach durchgeflutscht. Und wir sind jetzt bei 2115 US-Dollar. Schauen wir uns das jetzt mal auf dem FIP-Level an. Haben wir sogar Luft bis 2234 US-Dollar. Das wäre hier das 0,5er Fibonacci Retracement Level von unserem ganzen Abverkauf hier. Maximal. Aber wirklich maximal sehe ich jetzt erstmal 2500 bis 2600. Aber das ist wirklich Maximum. Das sehe ich, wenn Bitcoin Richtung 32k geht, sehe ich das bei Ethereum. Und dann aber auch eine Korrektur kommen. Wir haben jegliche Widerstände nach oben hin rausgenommen. Downtrend 1, Downtrend 2. Das heißt, die können wir jetzt erstmal hier rauszeichnen. Macht keinen Sinn mehr. Wir sind absolut in einem Abtrend. Wir haben steigendes Volumen. Das heißt, hier spricht momentan überhaupt nichts dafür, dass wir hier reinschorten sollten. Vor allem shortet niemand in solche Volumenkehren rein. Macht keinen Sinn. Lasst es einfach. Wer long ist, genießt es. Nächster Take Profit. Oder größtenteils würde ich dann nochmal rausgehen bei 2231. oder bei den 2500 US-Dollar. Und dann kann man so langsam aber sicher, weil ihr wisst auch, wir haben ziemlich weit unten eingekauft, in dem Tausender-Bereich, können wir jetzt auch langsam mal überlegen, nehmen wir unseren Entry bei Ethereum raus. Wir haben 1x gemacht bei Ethereum. Das muss erstmal sacken lassen. Muss man auch erstmal überlegen. Und dann, sage ich mal, neu einsteigen bei einer größeren Korrektur. Sollte die kommen. Aber ihr wisst, ich bin bei Altcoins immer so der Fan. Lieber bei 100% Profite raussacken und gut ist. So, und dann noch zum Schluss, gucken wir uns doch Gold an, weil Gold auch Skyrocketing macht. US-Dollar schwächelt, Gold pumpt. Auch hier ist jetzt mein persönlicher Take Profit 3 erstmal erreicht. Ich sehe aber hier, ganz ehrlich, ich bleibe bei meiner Meinung, dass wir hier früher oder später das All-Time-High bei 2075 US-Dollar sehen. Maximal hier die 2100 US-Dollar. Das sind so die nächsten Level, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ihr seht es hier auf dem Daily-Time-Frame. Das wären so die nächsten Ankerpunkte hier oben, 2109 Maximum, bevor wir dann auch hier eine Korrektur sehen sollten, weil der US-Dollar halt auch momentan an der Support-Zone ist. Das werden wir uns aber dann morgen im Marktausblick nochmal genauer angucken. Gut, dann gehen wir rüber zu den News. Wie sieht es dort aus momentan? Twitter kooperiert mit eToro. Sehr, sehr coole Aktion. Ob man darüber kaufen möchte, ganz ehrlich, ich bin kein eToro-Fan, aber lest euch den Artikel gerne durch und natürlich ein Update, wie geht es El Salvador mit Bitcoin. Also schaut euch die Artikel gerne bei CryptoGuru an. Später hören wir uns dann noch zur XRP-Chart-Analyse, wie jeden Freitag. Ihr kennt es ja. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später nochmal oder dann aller, aller spätestens morgen. Bleibt auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig, nehmt Profite, Stop-Loss-Entry, genießt es einfach, dass der Markt pumpt und wünscht euch einen schönen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay good.